Kapitel 41 Im Oktober desselben Jahres kam Jishmael Benetania, der Enkel Elishamas, in Begleitung von zehn anderen Männern zu Gedalia nach Mizpah. Jishmael gehörte zur königlichen Familie und war einer von den Oberen des Königs gewesen. Als sie zusammen beim Gastmahl saßen, fielen Jishmael und seine zehn Männer plötzlich mit gezogenen Schwertern über Gedalia Ben-Ahikam her. Sie töteten den Enkel Schaffans, den doch der König von Babylon als Stadthalter für das Land eingesetzt hatte. Jishmael ließ auch alle Judäer, die sich bei Gedalia in Mizpah aufhielten, niedermachen und ebenso die chaldeischen Soldaten, die er dort fand. Am nächsten Tag, als noch niemand von der Ermordung Gedalias erfahren hatte, näherten sich 80 Männer aus Sichem, Shilo und Samaria. Sie hatten ihre Bärte abgeschnitten, ihre Gewänder eingerissen und ihre Haut blutig geritzt und wollten nach Jerusalem, um Weihrauch und Speisopfer in das Haus Jahwes zu bringen. Jishmael Ben-Netzpah ging ihnen von Mizpah aus weinend entgegen und lud sie ein. Kommt zu Gedalia Ben-Ahikam. Als sie aber in der Stadt waren, stachen er und seine Männer sie nieder und warfen ihre Leichen in eine Zisterne. Nur zehn von ihnen ließ Jishmael am Leben, denn sie hatten ihn angeflieht. Töte uns nicht, wir geben dir alle unsere Vorräte an Weizen, Gerste, Öl und Honig, die wir auf dem Feld draußen versteckt haben. Die Zisterne, in die Jishmael die Leichen jener Männer geworfen hatte, die er durch die Täuschung im Zusammenhang mit Gedalia umbringen konnte, war jene große Zisterne, die König Asa wegen der Bedrohung durch König Bascha von Israel hatte aushauen lassen. Jetzt füllte Jishmael Ben-Netzpah sie mit Leichen. Dann führte er den ganzen Rest des Volkes, der sich in Mizpah befand, gefangen weg. Auch die Königstöchter, die Nebuzaradan, der Befehlshaber der Leibwache, seinerzeit in die Obhut Gedalias gegeben hatte. Jishmael wollte mit ihnen ammonitisches Gebiet erreichen. Als Johannan Ben-Kariach und die anderen Offiziere von den Verbrechen Jishmaels erfuhren, riefen sie ihre Truppen zusammen und verfolgten ihn. Am großen Teich von Gibeon holten sie ihn ein. Als das Volk, das bei Jishmael war, Johannan und die anderen Offiziere sah, freuten sie sich. Und alle, die Jishmael von Mizpah verschleppt hatte, liefen zu Johannan über. Jishmael Ben-Netzpah selbst konnte allerdings mit acht Männern entkommen und floh zu den Ammonitern. Johannan Ben-Kariach und die Offiziere bei ihm übernahmen nun die Verantwortung für den Rest des Volkes, den sie Jishmael Ben-Netzpah bei Gibeon abgejagt hatten, nachdem diese Gedalias erschlagen und das Volk von Mizpah entführt hatte. Es waren Männer, Frauen und Kinder, auch einige Soldaten und Hofbeamte. Sie zogen mit ihnen fort und machten erst vor Bethlehem bei der Herberge Kimhams Halt, um von dort aus weiter nach Ägypten zu fliehen, aus Angst vor den Kaldären. Denn Jishmael Ben-Netzpah hatte den vom babylonischen König eingesetzten Stadthalter Gedalia Ben-Ahikam erschlagen. Jishmael Ben-Netzpah hatte den vom babylonischen König auf die Herberge Kimhams Halt. Jishmael Ben-Netzpah hatte den vom babylonischen König auf die Herberge Kimhams Halt.